R.B. Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick hat Berichte über einen Wechsel zum FC Arsenal als Nachfolger von Asine Wenge als reine Spekulation bezeichnet. Punkt, 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 Punkt. Wir wissen von nichts und konzentrieren uns voll auf das Saisonfinale, sagte der 59-jährige Schwabe auf die PA-Anfrage. Punkt, 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 Punkt. Laut Sky Sport News UK soll Rangnick, der seinen Vertrag beim sächsischen Fußball-Bundesligisten gerade vorzeitig bis 2021 verlängert hat, mit auf der Liste der infrage kommenden Trainer stehen. Punkt, 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 Punkt. Der ehemalige Bundesliga-Coach hatte immer wieder betont, dass er beim deutschen Wiesemeister in Leipzig eine sehr hohe Jobzufriedenheit habe. Punkt, 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 Punkt. Zudem könne er sich eine Rückkehr als Trainer vorstellen. Punkt, 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 Punkt. Der Sportdirektor beim Bundesliga-Sechsten hat laut Sport einem, bei den Gunners einige Befürworter, Jens Lehmann, der seit fast einem Jahr im Arsenal-Trainer-Team steht, seinen ehemaligen Schützling, Herr Mertes Acker und Sven Mislint hat, Leiter der Scouting-Abteilung. Punkt, 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 Punkt. Ein Freund der englischen Premier League ist. Punkt, 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 Punkt. Nach Sky-Informationen soll Mislintat mit dem Arsenal-Vorstandsvorsitzenden Ivan Gazidis und dem Leiter der Fußballabteilung Raoul Sandlehin noch in dieser Woche persönliche Gespräche mit den Top-Kandidaten führen. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Untertitelung des ZDF, 2020